Apropos inzestuöse Familien, ähm, ich möchte noch dir Fletti, jetzt ganz offiziell, zum Geburtstag gratulieren. Warte, ich spring mal kurz aus der Torte. Here we go! Haha, ich habe einfach mal ganz spontan das Spiel gestartet. Was? Damit hast du jetzt nämlich nicht gerecht, mein Freund. Ne, hab ich nicht. So, äh, ja, das ist, äh, ich dachte wir einfach mal, komm. Das ist voll scheiße. Ich dachte mir, komm, wir starten die Mob einfach mal, äh, instant. Ja? Warum denn so? Au, ah, nein, oh, scheiße. Und während wir ja instant losspielen, möchte ich uns noch kurz intruieren für solche unter euch, die uns dann nicht kennen sollten. Ich bin der Otto. Ich bin der Fletti. Und zusammen sind wir. Ich habe keine Ahnung. Ja. Da siehst du, siehst du, haha. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Okay, Otto und Fletti. Ja, oder Fletti und Otto oder Flotti. Flotti, oder Flotti. Flotto. 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 Flatt, 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 Flatt. Oh, ich kann es nicht sprechen. Flatto, so. Flatto, das ist nicht schlecht. Flatto? Flatto Lenzen. Flatto Lenzen. Jetzt geht es aber los, musst du aufs Loco, mein Freund. Ne, ne, geht noch. Oh, geht's. Ah, scheiße. Ähm, da habe ich neulich ein geiles Wort. Abort. Kennst du das? Abort, ne, als du abtreiben, oder? Was, abtreiben? Abort, Englisch? Ne. Ne, was ist das sonst? Ne, also ich habe zufällig gestern, ähm, gestern war der sechste, das war der Donnerstag. Ja. Und da habe ich ne Folge Game of Thrones geguckt, und zwar diese, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ich mach's trotzdem, und zwar diese, ähm, wo, obwohl ich spoilere mal nicht, warte, ich überlege mal, was ich sage. Und zwar diese Folge, wo, ähm, Tywin Lannister auf dem Klo sitzt und einen Dialog mit seinem Sohn führt, und da sagt, Tywin, bla bla bla, was für eine beschämende Situation, dein Vater, äh, willst du dich wirklich mit deinem Vater unterhalten, während er auf dem Abort sitzt. Auf dem, okay. Auf dem Abort. Dann wird's aber anders geschrieben, ne? Das kann sein. Ja, also, weil ich glaube, weil ich glaube, Abort ist das englische Wort für Abtreiben. Bist du sicher? Ich bin mir jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt da so, so ein Lied von dem, von dem lieben, äh, Herrn, Herrn, Herrn Lindemann, wo er wieder für gute Kontroverse gesorgt hat, äh, wo es halt um, um, um Abtreiben geht. Und da kommen halt auch, äh, Abort vor, und ich glaube, Abort heißt Abtreiben. Bin mir aber echt nicht sicher, ich möchte mich hier auf nichts festlegen. Also, also das Wort Abort, 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 ja, äh, das ist ja aufs Deutsch übersetzt, Abort ist ja das deutsche Wort. Für? Ja, das ist die Frage, ich meine damit, ich meine damit, dass Abort, so wie du das sagst, das ist ja das englische Wort, Abtreibung. Ja. Aber das Wort Abort für Toilette ist ja ein deutsches Wort. Darum kann es gar nicht Abtreibung heißen. Das kann ich, das kann ich so noch nicht. Ja, aber es kann nicht Abtreibung heißen, weil es ja das deutsche Wort ist. Dann muss es anders geschrieben werden. Wie schreibt man denn Abort? Also deins. So wie du sprichst, A, B, O, R, T. T, tja, Abort, ich weiß nicht, ich bin mit P, aber das glaube ich nicht, er hat schon sehr B-lastig gesprochen, oder mit D vielleicht hinten. Weiß der Geier. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, also das Wort, Abort für Klo habe ich so noch nie gehört. Ja, finde ich nämlich lustig. So wie Locus. Boah, Alter. Oh, ja, krass. Alter, ich bin gerade ganz schön relativ hinterher. Wahrscheinlich, weil ich gerade zu viel über Klo rede. Über Klos. Über Klosteine. Ja, übrigens, ähm, achso, ja, wir spielen wieder am B.O.3. Das ist noch nebenbei. Und wir machen in diesem Part keine Challenge. Alter, keine Challenge. Keine Challenge, auch nicht, keine Challenge. Warum haben wir keine Challenge, Fletty? Weil wir genug zu tun haben mit der anderen Challenge. Mit der Challenge. Challenge die Spuk, meinst du? Challenge die Spuk, ja. Ja, wenn dieses Video rauskommt, das letzte Spuk, wenn dieses Video rauskommt, dann wird es eine Challenge die Spuk leider noch nicht geben für euch, aber in naher Zukunft. Ich, äh, ich, ich gestalte gerade mein Leben völlig um auf das Schneiden dieses Videos. Also ich habe, ich habe jegliche... Wer wohnt jetzt nicht nur unter der Brücke, sondern auf der Brücke. Ich habe jegliche soziale Kontakte abgebrochen. Ja. Ich habe mein Handy ausgemacht. Ich schließe mich ein. Mal an, jetzt. Ja. Um für euch das Video zu, fertig zu, zu machen. mit dem mit dem jungen fletti natürlich zusammen und ja so läuft das das wird in naher zukunft kommen ich bin ich bin mega gespannt ich freue mich total ich auch weiter also nach der nach der romanze dort auf diesen auf diesen als mal hast du das ja was man überlegen ob ich muss überlegen ob ich genau diesen ball noch mal in zeitlupe spiele weil er so hart war oder was weil du ihn so runter geschmettert war genau und ich bin so 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 runter gespalten hat mir noch mal gerettet das war einfach was wolltest du sagen die romanze die wir dort hatten mit dem treffen um die challenge also meine bestrafung durchzuführen er das war nämlich ein sehr sehr besonderer tag ja den ich den ich nicht vergessen werde man muss auch dazu sagen das ist dass das jetzt nicht unbedingt erste treffen aber das zweite treffen mit mir und dem otto war oder mit dem otto und mir der esel nennt sich bekanntlich zuletzt und es war war dann auch gleich scheiße hätte ich retten müssen und es war dann halt auch sofort einen einen super tag also es hat mir sehr viel spaß gemacht ja ich möchte jetzt noch mal öffentlich öffentlich kundtun also ich bin noch gerade ein bisschen dämlich dass das mir das sehr viel spaß gemacht hat würde ich auch immer wieder machen nur dass ich halt diesmal nicht in der mitte sind ja und übrigens das erste treffen das haben wir eine porno handlung das war das war super abgehalten das war ich zu feiern also ich war auch zum ersten mal in einem in einem porno geschäft beziehungsweise beziehungsweise in der abteilung einer videothek wo pornofilme verliehen werden was direkt neu auf mache ich mache ich direkt ja das war auch schon sehr interessant ja ich war ich war ja relativ überwältigt von der auswahl von der auswahl ja das ja stimmt das stimmt also man 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 also ich zumindest habe mir immer gedacht es gibt halt nur so diese diese typischen wandregale wo alle drin sind es gibt ja halt auch noch diese 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 tische und diese und diese diese ja wir verkaufen abteilung und was alles vielleicht hier ist nichts offen ach so ich hab hier so jetzt ja ja das war ja wahnsinn das war ja mehr als in der ganzen bibliothek rest zusammen ja das war wirklich so ja das war wirklich so also mehr porno als als alles andere ja das war ja schon fast pornös pornös so kommt ja über den bald auch mal spielen du hast als erstes spiel gewonnen und das völlig ist völlig an mir vorbeigegangen irgendwie ja weil du mich hier eine zeit voll quatsch war auch total lässig irgendwie habe ich voll quatsch du hörst schon wieder aber den schieterino raus ja ich mache doch einfach nur konversation so läuft das alter was machst du denn da wieso wieso aus dem ball in deinem feld ich will auch ball spielen gibt mir doch mal den ball ab ich hasse dieses sprechen während des spiels das kann ich eigentlich überhaupt nicht ab jedes mal bist aber als letztes player gut geeignet was ich alles auf mich nehmen um berühmt zu werden ich mache das ja nur damit leute das toll finden und ich kriege ich mag dieses sprechen eigentlich gar nicht ach so dann hat doch die backen und ich rede ja okay alles klar also wir waren in der bibliothek genau und haben uns da diese diese porno filme angesehen aber wir haben uns auch gut beömmelt weil es gibt ja nun mal die die besten porno titel die man sich überhaupt noch vorstellen kann und zum beispiel ich will nicht also ich lehne leidenschaftlich ab also wie gesagt ich bin zum ersten mal in so einer abteilung gewesen und ich habe ich habe schon viele porno titel also gelesen und gesehen aber als ich dann da drin war ist mir sofort ein titel aufgefallen der mir auch sofort im kopf geblieben ist das ist nämlich titanic es ist so ziemlich der coolste titel den ich je gelesen habe und das ist wirklich es war wirklich fucking außen wir haben auch sehr sehr viel spaß wir mussten auch schon sehr sehr leise sein um es dann nicht irgendwie zu auffällig zu benehmen und man muss ja auch man muss ja auch wissen dass ich meine diese abteilung oder generell in eine bibliothek ist ja video überwacht und wenn die frau oben am tresen da seht oder wer auch immer da gerade zuguckt wie wieder in der porno abteilung sind aber uns nicht die cover angucken sondern nur die beschreibung weiß ich meine wir haben die dvds die haben wir sofort einfach in die hand genommen haben sie umgedreht und ganzes kann man gesehen weil wir wollten ja die beschreibung haben und das war halt auch schon und vielleicht für den für den außenstehenden sehr sehr merkwürdig dieser auch fotografiert ja stimmt ja das witzige war dass überall dort zettel hing wo drauf stand irgendwie dvd cover diebe wenn man was mitkriegt 100 euro wird gesucht ja genau belohnung 100 euro und dann habe ich das irgendwann gelesen und sagst du du wenn ihr irgendwann mal herunter kommt dann tut das handy am besten weg ja ich weiß nicht ob das von der vom tatbestand her genauso schlimm weniger schlimm oder egal ist ob ein porno titel also das cover halt vergleichbar ist ob man nur eine beschreibung abfotografiert ja ich weiß gar nicht worum es ihnen geht dass man das bild wahrscheinlich veröffentlicht oder so wahrscheinlich ja die beschreibung ist bestimmt weniger werden dass man es irgendwie photoshop und dann irgendwie seine einen einigen schädigend veröffentlicht oder dein gesicht reinsetzt was deinem wahrscheinlich nicht schaden wird mein gesicht war auf mehren kann man drauf titanic ich war das schiff inzestuöse familien 1 bis 30 apropos inzestuöse familien ich möchte noch dir fletti jetzt ganz offiziell auch gott zum geburtstag gratulieren hatte ich bringe mal kurz aus der torte alles alles gute zum geburtstag tanz bis blut und kleine knochen kommen denn der fletti hat heute an diesem samstag hat er tatsächlich schlüpftag er wurde vor 25 jahren aus dem geburtskanal herausgepresst um in letzter konsequenz sein unwesen auf dieser schönen welt zu treiben und darum möchte ich dir alles alles gute zum geburtstag wünschen ich danke dir vielmals ich werde leicht rot und ich habe glaube ich auch mit absicht die kreiske ausgelassen er hat mir vielen vielen dank ja es ist natürlich eine bestimmung gewesen nach 25 jahren oder in 25 jahren mit dir hier lobbyvolle zu spielen um die ehre um die ehre zu haben mal mit einem mit einem jemand wie dir zu spielen mit einem jemand nennen das kind beim namen ne dankeschön vielen dank ja also danke sehr gerne und ich möchte dass ihr alle dass ihr alle in den kommentaren dem fletti auch noch mal zum geburtstag gratuliert das möchte ich auch damit das will ich das will ich ein okay dann macht das bei ihm aber nicht bei mir bei beiden und am besten bei ihm ist ja seins sein geburtstag das komische ich werde immer immer sehr verlegen also auch wenn ich geschenke kriege in welchem ich auch nicht auch das ist schlimm oder und werde ich jetzt nicht aber ich fühle mich ich fühle mich sozusagen ungerecht behandelt möchte ich mal sagen ich habe das gefühl ich habe die geschenke nicht verdient weil ich kann nichts dafür wissen man müsste meine mutter beschenken ich wurde ja nur geboren und ich werde aber dafür beschenkt das verstehe ich gar nicht weil du das gerade erwähnt dass man deiner mutter was schenken müsste müsste ich feiere ja mein geburtstag prinzipiell eigentlich seit fast fünf jahren nicht mehr und schenke ja meinen meine meine familie war es also ich schenke an meinem geburtstag zum beispiel meinen eltern was ja ich schenke meiner tante was die immer für mich da war ich denke auch meinen großeltern was und auch meinen engsten freunden also zum geburtstag verschenke ich und ich und bekomme keine geschenke aber immer wenn ich gefragt werde was willst du haben sage ich immer wieder ich möchte nichts und bekomme doch was ja ja so ist es aber das wird wahrscheinlich jeder kennt glaube ich aber das prinzip wie ich das erkläre ist ist doch schon logisch warum werden wir denn überhaupt geschenkt wir können denn nichts dafür weihnachten ok verstehe ich ja aber warum werden wir beschenkt die wirtschaft ankurbeln das war also ich quatsch schon verliere mal ein syndrom ich finde man sollte leuten die man mag mitten im jahr zu irgendeinem und x beliebigen tag was schenken das wäre doch viel mehr wert als zum geburtstag wo es einzig pflicht ist könnte man schon fast sagen richtig ich also meine mutter hat weihnachten geburtstag also heilig abend tatsächlich ja und ich hätte meiner mutter nie heilig abend etwas sondern immer paar tage davor oder danach weil sie weiß ja das im kalender steht geburtstag ok sie kriegt was ich meine das ist ja auch eine überraschung weil man ja nicht weiß was man kriegt ja aber man weiß dass man was kreger und das habe ich vor ich glaube vor drei jahren oder so habe ich das geändert habe gesagt manchmal ist das mag ich nicht und immer wenn ich dann vorher vor der tür stehe ich habe verloren so eine scheiße ist halt dieses gesicht unbezahlbar wenn denn wenn die mutter vor dir steht und sich einfach mit so einem überraschenden gesicht freut weil sie ja auch nicht damit gerechnet hat und das finde ich halt viel schöner so wie du gerade angesprochen hast es ist einfach viel schöner wenn derjenige dann einfach nicht rechnet weil erst dann ist es für mich eine überraschung ja und das zeigt auch viel mehr dass dir der mensch was bedeutet wenn du dir irgendwann zu einem x-beliebigen tag gedanken machst richtig und nicht dann wann es einfach gesellschaftlich so eine konvention geworden ist dann nicht nur mit dem kalender steht genau sehe ich ähnlich also was möchtest du denn ich möchte möchte gar nicht ich möchte ich möchte einfach mit dir weiter spielen und 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 nicht mehr angespuckt werden bitte okay das fand ich nicht gemein ja gemein lustig widerlich durchaus in manchen zügen durchaus widerlich alter was war das denn der kam recht scharf von der wand ne der kam wirklich recht scharf ja läuft 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 hier heute hat das ziemlich im flow ich bin ich schon nicht so noch erpicht darauf dieses spiel auf zu gewinnen ist ja das einzige was ich verloren habe leichten muss sich so ein scheiß trinken obwohl die quatsch was es war von der klaren war denn hier seit zehn minuten ja stimmt schon ja du musst es auch scheiß trinken wenn man so will ich würde also ich also ich bin wirklich froh dass wir mal dass wir mal eine challenge machen ohne ohne irgendjemanden in die tonne zu hauen einfach mal um noch mal ein gefühl zu kriegen dass sie auch spaß machen kann sollte es aber nicht also ich will dich hier nicht noch mal lachen hören aber ich habe doch heute geburtstag nein das prinzesschen ich schwitze schon wieder heftig ja meine hände sind auch gleich durchnässt ja erstmal ist das ja fragt man die von raumtemperatur geschuldet die so also meint ja wo meter brode so bei 40 grad oder so hat nicht locker draußen ist nicht besser was mache ich denn auf jeden fall tja und dann strengt es einfach immer so viel anliegen nicht zu spielen es ist aber der hat ich möchte mal langsam wieder ein bisschen nach vorne kommen zwar ja der mega schmetter ball ja eigentlich müsstest du jetzt so so gutmütig sein und mir deinen deinen sieg abgeben wenn du gewinnen solltest dass du sagst vielleicht herzlichen glückwunsch also wenn du dir den wenn du den so möchtest das glaube ich aber nicht nein das möchte ich nur so eine ehrliche haut ich bin total siegesfanat ich bin auch anderen leuten sehr sehr wenig wenn sie gewinnen ich auch ich bin nicht so ein schlechter verlierer aber ein deutlich besserer gewinner ja richtig ärgere mich so 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 wie der gerade genau ja ja genau du mich auch aber aber so ein sieg bekommen will ich ja doch nicht aber kannst du dann überhaupt noch spielen wir sehen aber ich glaube der wäre der war schon dreimal wenn das ja ja dann war das schon dreimal bekommen ja ich habe mir übrigens das letzte von dir war angeguckt im part ich weiß ja echt lustig wie mein blogger ersten albino ist und dann blaue weiß blinkt ja oder das war wirklich also ich war sehr abgelenkt auch teilweise aber ich nicht so sehr dass man sagen könnte ich habe verloren weil sondern ich war schon öfter abgelenkt also ich hätte also mich hat das beim zugucken abgelenkt ich fand das anstrengend war es ja auch wunderschön wunderschön einfach mal so wunderschön ich glaube das ist die vorahnung dafür dass du jetzt keinen punkt mehr machen wirst deswegen habe ich dir noch mal geschenkt aha man kann sich die sache auch gut reden mache ich ja gerade sehr strapaziert wie so ein zu kleines kondom müsse er hat vorhin gesagt er würde mir gerne sein glied ins ohr stecken ich lasse das habe ich nicht gesagt wir hatten das thema ohrwürmer und ich habe gesagt das könnte auch ein penis sein wenn dieser nur allzu klein wäre hast du das gesehen ja der ging ja unter mir da leckt mich ja echt ist das gerade ein match ja ne was ja ich meine menschen ja es ist mit bei ja also mit mit point manchmal schlag den otto hau den lukas sowie wann war das geld nicht vorgestern war das oder gestern doch vorgestern ja ja aber ich habe jetzt noch das ganze weggebracht da war da war diesmal ein anderer mann der war ein bisschen höflicher als der andere sehr alter hat auch noch so sich so bedankt dass wir dass wir uns für sie entschieden haben und so und dass wir ihre sachen ganz gelassen haben und alles so was das aber schön da freut er sich ja das freut er sich wirklich klar du hast ja direkt in der ersten dinge abgebrochen was habe ich gemacht oder so dinge abgebrochen von der ange das stimmt da gar das ist doch selbst gesagt von der welche anwalt wird das dem angestativ hast du nicht gesagt nein 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 das war das statt von meiner kamera das gibt es doch gar nicht so ich bin jetzt mit sparen mit sparen heute mit sparen ist ruhig eine konzentration steigt ich würde gerne so einen kleinen pulsmesser einbauen das wäre geil oder so als kleines fenster und so ein pulsmesser wie bei elton aber bei pokerstars das wäre glücklich aber die rakete bleibt im autonischen zimmer hast du nix machst du nix all hail the blobby king aber war schön war wieder mal ein knappes knappes match aber nur er aber nur lebt er hat aber zu sparen machen was die wiener ein schluck getrunken also okay ja im jahr der titel der herz wunsch auch dir zum geburtstag vielen dank auch hier zum sieg dank dank der nur spontan auf oder ganz spontan also schon bei 22 minuten los also bei mir sind es 19 30 aber ich will ja auch nicht dass hier die polizei kommt darum sollte man jens fix beenden alles klar so also in diesem sinne vielen dank für das einschalten bis zum nächsten mal seid gespannt für das video was wir da alles noch zusammenschneiden werden und was dabei rauskommt alles sowas schau beim auto vorbei ich habe bei mir vorbei ich habe ihm vorbei bei mir und bei ihm auch und also wenn auch bei ihm vorbeischaut also ich weiß nicht ob du dich jetzt auch selbst erwähnt hast auf jeden fall möchte ich aber dass wir bei ihm vorbeischauen ja also das ist mir das wichtigste das wünsche ich mir zum geburtstag dass ihr bitte alle zu ihm geht so gut sage ich nicht nein alles klar macht's gut bis zum nächsten part ich sag schon mal tschüssi leute und bis bald